Hi, mein Name ist Erdin und ich bin blind bzw. hochgradig sehbehindert und sehe noch ca. 2%. Und doch mache ich gerne Videos. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Bei mir geht es rund um das Thema Blindheit und Sehbehinderung. Hierfür nehme ich euch mit zu interessanten Veranstaltungen. Autofahren für Blinde und Sehbehinderte. Maximal bin ich damit bis zu 80 kmh gefahren. Mal in meinen Alltag oder auf Reisen. Mal gucken, wie lange der Spaß noch dauert. Familie und Freunde sind auch ab und zu dabei. Hey, das ist mein kleiner Bruder. Hallo. Tschüss. Tschüss. Außerdem drehe ich noch Videos über technische Hilfsmittel, die uns Blinden und Sehbehinderten den Alltag erleichtern sollen. Wie zum Beispiel eine Brillenkamera, die einem Texte vorließ. Theater an der Marsch der Straße. Oder einer elektronischen Lupe. Auch auf der SideCity, der größten internationalen Fachmesse für Blinden und Sehbehindertenhilfsmittel, bin ich für euch unterwegs und präsentiere neue und innovative Produkte. Wenn euer Interesse geweckt wurde, dann lasst doch völlig kostenlos ein Abo da und taucht mit mir ein in eine spannende Welt. Ach, und die Videos schneide ich übrigens selbst. Bis zum nächsten Mal.